Da haben viele von euch drauf gewartet. Ein stylischer Thermobecher im Blackhead-Design. Sowohl für die kalten Tage hält mega lang euren heißen Kaffee heiß und ihr habt durch den Deckel einen schönen Überschwappschutz, aber auch für die heißen Tage. Hier könnt ihr eure kalten Getränke mit Eiswürfeln sehr lange eiskalt genießen und der Deckel schützt natürlich vor nervigen Insekten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017